Ich will ja nicht open, aber wenn Alice nicht weiß, wie man Monster Truck baut, kommen wir da nicht durch. Tut mir leid, war wohl doch nicht so eine gute Idee. Dieser scheiß Jimmy Gibbs Junior! Das war jetzt echt nicht nötig. Wirklich, Mann. Wirklich, Mann. Das war jetzt echt nicht nötig. So, und weiter geht's mit Left 4 Dead. Heute haben wir einen Gast, einen dritten Mitspieler, und zwar meinen Bruder Shadow World. Und er wird uns heute unterstützen im Kampf gegen die dunklen Mächte der Zombies und so weiter. Und was gibt's denn hier Schönes? Schallgedämpfte Maschinenpistole. Du rennst doch. Du kannst ja nur schleichen dann. Aber kann man nicht irgendwie noch schneller rennen? Nö, ich glaub nicht, oder? Du kannst nicht rennen. Okay. So. Du kannst nicht hinkauen. Steuerung. Ja, das ist dann ja schleichen. Okay, lass ich mal nachkommen. Oh, guck mal, da oben ist einer. Ich seh jemanden. Nein! Bam! Bam! Alter, klingt die Scheiße, die geschäfte... Oh. ...gedämpfte Maschinenpistole. Stirb! Ich find das doof, dass man nicht näher zielen kann mit Kim und Korn und so. Das find ich, äh, doof. Das kannst du... Ne, mit was konntest du das? Ich glaub ein Mausrad oder irgendwas war das doch. Ja, aber das ging nur mit dem Sniper. Das ging nur mit dem Sniper. Oh Gott. Da kommt wieder alles mögliche auf uns zu. Hilfe! Oh Gott. Splitter? Äh, nein. Es ist kein Splitter. Ach hier, ein Smoker, ein Smoker, ja. Ja, dankeschön. Dankeschön. Kein Ding. Die kommen ja wieder von allen Seiten her. Äh? Die scheiß Nachladedauer. Ich find das immer krass, dass die auch von allen Seiten plötzlich kommen. Auch von hinten und von links und rechts. Das find ich eher am schlimmsten hier, dass man nicht... Oh, Achtung, ein Charger. Du, du, du. Alter. Wo kam der auf einmal her? Ich hab keine Ahnung. Von vorne, würde ich sagen? Verdammt hat er mich nicht angecharged eigentlich. Der ist über die Autos geklettert. Äh, nicht... Da hat er halt wirklich eine freie Bahn zum Chargen, schätze ich mal. Da ist irgendwo ein Jockey. Ja, ich hab's gehört. Der sitzt bestimmt gleich wieder auf meinem Kopf. Guck mal. Da, hinterm Bus. Echt? Ich glaub, nicht hinter dem Bus, direkt vor dir. Der klingt aber schon relativ nah, von deswegen. Er macht mir wieder die Alarmanlage an, wenn man auf den Autos rumschlägt. Ah, da ist er! Ja, wen auch sonst. Ihr macht mal nochmal hier in Nahkampf, äh, rechtsklick, ne? Ja, rechtsklick, bam. Hier gibt's Adrenalin. Ich hab Boomokotze, ja, nice. Braucht ich mal Adrenalin, so, manchmal? Nee, grad nicht. Scheiß Auto. Hier, die Ausfahrt. Die Ausfahrt, genau die. Jungs und Mädels. Ey, wir dürfen ja noch 35 Meilen pro Stunde fahren. Wow. Pst, nicht so laut. Du stehst direkt vor mir, Mann. Ja, Mann. Kann nicht sein. Da rechts sind Viecher. Ich wollt die nicht so... Ähm, Hunter, Alice. Hast du? Ja, hab ich. Ja. Da waren wir schon vorbei. Oh, nein. Oh, nein. Here we go again. Alter, was hier wieder abgeht. Das ist... Das ist ja wie... Die sind echt ziemlich schnell, muss man mal nicht was sagen. Ja. Ja. Oh, nice. Da gibt's ne Gitarre. Fette Scheiße. Los, verprügel sie mit deiner mächtigen Gitarre. Ja. Yay. Das weiß ich nicht. Sauber. Voll nice, ey. Also Gitarre ist echt... Und hier ist noch ne Schrottflinte. Schrotti. Yay. Hab ich schon eine? So, wir müssen jetzt hier runter, oder? Es gibt keinen anderen Weg, also. Ja. Oh, ein Charger. Bam, erwischt. Charger mit der Gitarre getötet. Oh, 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 oh. Hier ist ein Jockey. Der rannte schon wieder auf mich zu. Ich hatte schon wieder Angst. Oh, nice. Das ist ein Defibrillator. Ah, nein. Wo, mein Kotzer? Yay. Boomokotze hab ich auch einmal. Achtung, hier kommen viele. Munition. Hier, da vorne. Die stehen alle in unserer Brücke. Okay, ich... Will ich mal Kotze. Ja, ich hab da Boomokotze reingehauen. Und jetzt geh ich mit meiner Gitarre hin und vermöbel die alle. Ach, hier ist Munition, ne? Alter, und... Oh, was passiert denn jetzt? Wieso gehen die auf einmal? Ach so, Nahkampf darf man oder nicht machen, oder was? Wenn man der Boomokotze hingeworfen hat. Ich hab doch keine Ahnung. Sollte man lieber nicht machen. Die kamen plötzlich doch alle auf mich zugelaufen. Alter, wie die alle an mir vorbeirennen. Du bist ein beschissener Schäzer. Welche Schwierigkeit, welche Schwierigkeit jetzt gerade ist das? Normal. Okay, dann gibt's kein Friendly Fire. Oh fuck, da ist ein Hunter, ne? Doch, es gibt Friendly Fire, oder nicht? Oh, ja doch, auch kein Friendly Fire. Macht das ab Schwerschaden, glaube ich. Ach so? Nee. Nicht mal ein bisschen? Ich glaube, es macht ein bisschen Schaden, aber auch so, dass man Zeitvermerkt. Ich glaube auch, dass es Schaden macht... Ah, hier oben ist ein Sniper, übrigens, ne? Ach so. Hier oben, oh. Hier oben auf dem Geländer, da. Soll ich mal so ein bisschen Snipern? Nein, Melly ist Sniper. Zu spät. Das ist ein Jagd... Oh. Ach hier. Muss man jetzt hier drüber klettern, oder was? Kannst du runden lang gehen. Nee, wir gehen hier oben lang. Das ist cooler. Hallo? Hallo, Freunde? Och. Muss dir da sich bewegen in dem Moment, in dem ich schieße? Kann ja nicht sein. Hey, was geht ab? Kollegen. Brräng. Was macht denn der da? Ach, der klettert aufs Dach, ne? Okay. Ah, ah, Hilfe! Oh, shit. Ich hätte... Oh, shit. Ich hätte... Oh, shit. Ich hätte ja nicht runterhüpfen sollen. Glaub ich. Und ihr helfen? Ja, ich renne mal ja so ein bisschen über den Platz. Ihr könnt die ja abknallen, wenn ihr... Ja. Ähm, wenn ich so sehe. Ja, also hinter mir ist auf alle Fälle schon mal was. Die drei Sekunden Nachladedauer. Oh, da sind die und so weiter kommen auch einige. Oh Gott, überall kommen ja welche. Wieder mal. Scheiße. Oh, da kommen noch mehr angerannt. Hä, wo rennen die denn lang? Ah! Spitter. Spitter. Huch. Ey, ich hab dich beschützt, man. Oh, shit. Oh, fuck. Da kommen noch mehr über den Zaun geklettert, dort drüben. Ja, okay. Oh, fuck. Oh, fuck. Ein Jockey hat mich. Oh, shit. Hilfe, Hilfe. Ich hasse diese Drecksfisher. Oh, shit. Jetzt will ich auch runter. Du hast mir aber wirklich Schaden gemacht, ne? Ein Jockey macht ja eigentlich keinen Schaden, ne? Doch. Echt? Die fressen mich langsam auf, während sie auf deinem Kopf sitzen. Oh, nice. Hier ist ein Katana. Wie Chinesen. Die Affen lebendig essen. Wieso kommt gerade so eine böse Mord? Ach, da. Oh, tank, tank, tank. Oh, hi. Hi. Nein. Hahaha. Irgendwas. Ah. Die Troller hat mich geblockt. Ah. Warum auf mich? Warum? Hahaha. Was fällt dir ein? Ersttod, ersttod. Alter. Ich benutze mein Medikit auf mich. Ich muss mich heilen. Mal 35. Okay, neben mir. Schroesflinne gefällt mir besser. Ihr kannst das Neufer nehmen, Melli. Ich hab auch das Neufer. Achso, dann ist ja gut. Was liegt denn hier? Oh. Oh, meine Gitarre liegt hier unten. Was ist das? Benzin? Hä, Benzinkanister? Ja, ich hab grad einen Benzinkanister aufgenommen. Ist ja gut. Den kann man wegschmeißen und dann zur Schieße. Ja. Oh. Scheiß Auto. Oh. Aber das macht nur piup piup. Hey. Oh, hier ist Munition im Haus. Hey, Munition! Das ist gut. Hier drüben. Unten. Ja. Da kann man auch rein zur Tür. Wir benutzen das Mainstream. Ich wollt's grad sagen. Ja, ich bin auch durch das Fenster durchgehüpft. Okay, wo müssen wir denn jetzt hin? Durchs Motel durch? Oh, fuck. Oh, shit. Warum? Die klettert über die Decke. Was geht denn bei der? Ich hab's auch grad gesehen. So Decke lang geklettert die. Oh. Ist doch nicht Spider-Man. Alter. Was geht denn hier? Natürlich ist die Spider-Man. Was ist denn sonst? Alter, bleib doch mal stehen. Halt die Fresse. Die ringen grad alle zu der Kotze hin. Ich hab die geworfen. Oh, jetzt? Oh. Ja, warum schießt du auch auf das Auto? Jetzt hat irgendjemand das Auto aktiviert. Oh. Das hat die ganze Zeit schon so... Ich hab keine Ahnung, wer das war. Ja, du rennst genau da rein, wenn ich schießen will. Kann ich glauben. Ich weiß, was du genau in dem Moment machen willst, oder was? Ja, das musst du riechen. Und ich hab hier einen Katana. Teamplay und so. Alle tot. Oh, ich stelle da gleich. Ah, das ist ja... Gar nicht schlimm. Ich rette dich. Oh, shit. Oh, fuck. Weg von mir. Ich rette erst mal dich. Ah. Scheiße. Ah, ich find das immer so schrecklich, wenn die ringsrum um dich sind. Ja. Und dich so slowen. Und du dich gar nichts mehr machen kannst, so richtig. Ah, das ist immer am schrecklichsten. Oh. Pass auf. Hier ist noch einer. Halt die Fresse, Mann. Hat da jemand ein Pack von Alice? Und dann schnell weiter. Dort hinten hoch oder eher dort vorne? Rechts. Hier rechts, oder? Ja. Hätte ich jetzt... Ich wäre jetzt hier rechts gegangen. Dann nach oben, oder? Eine Treppe. Ah, da kommen schon wieder welche angelaufen. Hier oben sind auch welche. Ey, super. Ja, ne. Du hast mir einen Schaden gemacht. Dammit. Aber du machst mir Schaden. Mit einer Schrotflinde habe ich dir immerhin einen Schaden gemacht. Wo müssen wir denn jetzt hin? Hier quer durch, oder was? Hier ist alles kaputt. Wartet auf mich. Hier durchs Fenster. Hier durchs Fenster. Hier durchs Fenster. Ein bisschen, ja. Ist ja auch ein Motel, ne? Nee, wir sind nicht alle gleich equipped. Monotov guckt dir. Wo ist denn? Oh, fuck! Boomer hat mich vollgekotzt. Oh, 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 oh. Jockey, Jockey, bitte. Ich kann grad nicht. Ich seh nichts. Ist immer nur da, wo ist er denn? Ach, da unten. Na, na, je. Charger. Wo bist du denn, mein Gott? Oh, shit. Oh, fuck. Oh, das ist doch wahr. Was ist denn hier? Mal wieder ab. Alter. Wo bist du denn hin mit dem Jockey? Ja, ich bin gerettet. Irgendjemand hat... Das war ich. Ja, ich hab Alice gerettet vom Charger. Das war das erste Mal, was ich gesehen habe. Warum musst du dich auch vollkötzen lassen? Guck mal, die gehen bei einem Schuss drauf. Ja, da kam die Treppe hoch und hat mich überrascht, mein Gott. Wo sind wir denn hier? Irgendwo in der Pampa. Hier ist echt steil. Hier ist Brand-Munition. Ich stelle sie mal auf. Okay, übernachte den Hine-Wildnis und hofft, dass dann kein Zombies kommen. Ich hab keine Ahnung. Ich müsste das Zombies kommen. Ah, ah. Scheiße. Da rutscht man ja voll runter. Du passt echt drauf. Oh, shit. Ähm, du hast ein Problem, glaube ich. Hier unten? Nein, wenn ihr mitkommt, nicht. Außerdem hab ich doch den Benzinkanister mitgenommen. Kein Stress. Die verbrennen alle. Charger. Oh, fuck. Nee, ein Hunter. Oh, mein Gott. Das ist nicht so der Headshot. Die erschrecken mich immer so krass, die Viecher. So. Jetzt müssen wir ja durch den Sumpf, oder was? Äh, Achtung, von oben kommen auch welche. Stimmt. Oh, damn it. Oh, Gott. Oh, Mann. Was ist denn hier wieder los? Jockey. Jockey. Ja, ich komme. Ich würde gerne kommen. Ich bin gefa- Oh, 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 oh. Hallo, Johann. Ja, ich bin doch schon da. Oh. Oh, oh. Böse Musik. Ja, ich muss mich mal ganz kurz heilen. Oh. Da war ein Smoker. Ah. Alter, manche sind echt, die kommen da runtergerannt und springen direkt auf dich drauf oder so. Alter, stirb doch einfach. Vor allem, warum klettern die wieder rauf? Ich glaube, weil vielleicht wegen der Boomer-Kotze, vielleicht kamen die da irgendwie nicht so dran oder so und sind da irgendwie rauf. Ich weiß nicht. So war's das? Scheiße, ich hab keine Amo mehr auf meiner. Oh, shit. Boah, ey. Vor allen Dingen... Ist das immer so ein Schock? Hey. Oh, ja. Oh, guck mal. Dort ist irgendwas. Ach, ein Medikit. Ist hier an der Map schon ne Witch? Nee. Äh. Ah. Schön. What? Wieso liegt hier so ein... Oh. Mein Gott. Schön weggepokt. Nicht auf, wo Bühne die schießen. Hier ist ein Klo. Muss mal jemand? Nee. Ein schönes Plumpsklo. So ein Charger ist bestützend. Ich ende es mal Adrenalin. Oh. Der hat aber schnell den Smogor getötet. Wo müssen wir jetzt hier lang? Rechts weiter oder dort rauf? Guck mal, da oben. Da ist kein... Ich glaube auch, dass wir da rauf müssen. Oh, da stehen wir nicht im Gebüsch. Und da. Und da. Toll. Ich mag's auch bis sie im Gebüsch stehen. Und dann plötzlich rauskommen. Und auf dich zustürmen. Hallo? Brrbrrbrrbrr. Hey, Whispering Oaks. Ah, da ist ne Witch. What? Ah! Wer schießt nochmal auf die Witch, ey? Kann nicht sein. Ich war's nicht. Ich war's. Die muss doch sterben. Nein, muss die nicht. Du kannst doch dran vorbeirennen. Nein, das ist aber langweilig. Die macht eigentlich überhaupt kein Ärger. Musst du nur fröhlich vor sich hinvegetieren lassen. Dann ist die ja langweilig. Außerdem sind ja so... Oh. Oh. Hi. Oh. Sind ja so viele Viecher. Wer hätte bestimmt irgendjemand die Witch erwischt. Oh mein Gott. Oh shit. Oh shit. Ich glaube, ich brauche ein Mädchen. Wie kommt der denn jetzt wieder von unten? Warum nicht? Ich kann ja immer von überall kommen. Jockey, Jockey, äh, Jockey. Alter, Alter. Da muss der mich auch noch aufgeschickt. Ah! Mein Gott. Achtung, Auto. Ja, das links. Nichts. Das links geht schon so. Und da hinten ist ein Schutzraum. Komm schnell rein dort. Geh weg. Hast du wohl schon gesehen? Ach, hier ist schon ein Safety dran. Oh, puh, puh, puh. Renni mit euch. Elis, komm doch mal. Hey, scheiß Computer-Mitspieler. Komm hier rein. Echt? Touch your rules? Was? Mustachio. Ah, Mustachio. Ist schon irgendwie peinlich, dass der Computer-Mitspieler am meisten Schaden gemacht hat auf dem Tank. Das ist immer so. Das ist immer so. Die Computerspieler sind immer total krass, irgendwie. Weiter. Vor allen Dingen müsste ich, es ist noch Ladevorgang. Aura of the Witch. Ich will auch mal grad was fix was gucken. Eine Sekunde. Und zwar... Als die gesehen haben, war die irgendwie schon tot. Ja, ich hab die gesehen und hab gedacht, ey, ehe die uns angreift, ähm, mach ich doch mal Kabuff, weißt du? Kabuff? So, meine Magnum geht los. Tod oder so. Nein! Ich hab meine Sniper weggelegt. Hier unten liegt sie doch. Ach da. So. Oh, 2007, erste Reihe, geil, oder? Medikit. Ach, für der kann man nur eine aufnehmen, dann bleib ich beim Katana. So, äh, okay. Ich kann nur eine aufnehmen, die ist aber echt cool. Ja, die hat aber nur acht Schuss. Na gut. Ja, ist trotzdem cool. Ja, kann schon sein. Mir egal. Wer war das? Ist hier irgendwo ein Vetter? Ne. Vetter. Brräng, brräng, meine Waffe ist ganz schön laut. Die Magnum macht die echt platt, das ist cool. Bam, bam. Bam. So. Boom. Oh. Was ist denn hier los? Nein, da kommt über den Zaun. Hier ist ein Baseballschläger, cool. Eee. Hallo, hallo. Das ist schon ein ganz normaler Zornbeg, verrück dich. Ah, nice, die kann man kaputt schießen, die Figuren hier. Ja, welche Figuren. Achtung, Charger. Wow. Wow. Wie wär's, wenn wir mal nicht aufeinander zielen. Wie wär's, wenn wir mal nicht aufeinander zielen. Oh, nice. Hier ist noch ein Monotov-Cocktail drinne. Und Brandmunition ist hier am Start. Ich stell die mal hier auf. Verschieße Brandgeschosse. Kann sich hier da Brandgeschosse rausnehmen, ja? Wo mein? Hier. Und hier ist noch ein Monotov-Cocktail. In dem Haus. Beiner. Oh. Oder beiner. Und ich hab so eine Rohrbombe, die piept, die ist auch heiß. Oh, wo sind die? Ach, hier. Ich hab sie so eben angelockt, auch wenn ich nicht weiß, wie. Das klang wie ein Clown irgendwie. Splitter. Ist das ein Clown? Ist das ein Clown? Was sind Clowns? Clowns sind Clowns. Clowns, ja. Das heißt, die sind einfach nur ganz gruselig und haben eine rote Nase. Und riesige gruselte Schuhe. Oh, da ist wieder so ein... Irgendwas. Warum bist du selbst gegen Baum gerannt? Da flugt. Äh, Jockey. Ja, genau das meine ich. Ah, ist tot. Ähm, da hinten ist ein Boomer. Kenny, warte. Du sollst dich erst mal tot machen, bevor du dort hingehst? Oh, schlecht die Idee, ganz schlecht die Idee. Ich hab ne getötet. Sehr gut. Vor allem Shadow World hat Blattlord geschützt. Ich hab den Boomer getötet. Was hast du getan? Ich hab den voll direkt neben dir kalt gemacht. Ähm, hier ist ne Toilette, ich weiß nicht. Muss mal jemand kacken? Ist jemand... Wir finden hier nur Toiletten. Plumpsklos, Toiletten auf dem Jahrmarkt. Warte. Ich los, Licht aus. Oh. Hallo? Ja, hier bin ich, Mann. Zomb... Hallo, du hast dich schon wieder getroffen, du Pisser. Wißt du, da ist ein Zombie vor dir. Den schieß ich ab und in dem Moment gehst du einen Schritt nach vorne. Hab ne Nahkampfwaffe. Ich muss sie auch erst mal ein Stückchen auf mich zukommen lassen. Hier, nimm dir wohl ne Bratpfanne. Oh Gott. Bratpfanne. Was, die ist ne Bratpfanne? Hier, wo ist die? Ja, ne. Ja, das Medizin. Oh, da steht irgendwas. Ah, damn it. Ah. Aber jetzt haben wir da schon durch die Wand. Hier ist wieder ne Gitarre. Ja, kannst du mal nimm die Gitarre. Ey. Ne, ich mach das Ton lieber. Hier ist Molot of Cocktail, falls jemand möchte. Ich hab'n schon einen. Guck. Ähm, Jockey. Smoker! Hilfe, Hilfe. Wo, wo? Auf dem Dach, auf dem Dach hinter euch. Hier, da, dort. Dankeschön. Bitteschön. Ich lass mal die anderen da verbrennen. Warte mal. Da drüben ist er. Oh, fuck, 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 fuck. Oh, boah. Der lief schon wieder so auf mich zu. Der wollte bestimmt zu mir. Hier ist Adrenalin. Wofür bringt das, was bringt das Adrenalin so richtig? Ja, wenn du fast gut bist, dann bewegst du dich langsamer. Achso, und das lässt du dich schneller bewegen, oder was? Oh, nice. Also bitte nicht auf die Wind. Hahaha, voll lauter Streck, wie ich bist denn wieder drauf. Ich hab' so'n Bein gehört. Die haben auch gehört zu. Oh, ich glaub' ich zeigte euch das Schreiein, oh gut. Oh, Mann. Muss ich mich mal ganz verteilen. Halt die Fresse, fucking Zombie. Oh, und Boomer? Hier hinter den Zelten sind ein paar. Vielleicht nicht mehr. Oh, dieses eklige Rumgeheule. Ich glaub', ich hatte sie grad gesehen, die Witch. Ich bin mir aber nicht sicher. Oh, hier. Rohrbombe. Und Pilz. Ah, alles meine. Die Tabletten sind meine. Pass auf, die stand, glaub' ich, dort, wo wir jetzt hinlaufen. Garantiger drinnen, in der Halle. Warte mal, ich mach' mal's Licht aus. Das klingt so. Wie kann man das Licht ausmachen? Mit F. Oh, muss ich nicht. Warte mal, da steht ein Klauen. Nein, ich will den auf die Fresse hauen. Ach, Mann, ich wollte nur auf die Fresse hauen. Warte mal, vorsichtig. Schrotflinten. Oh. Der mit. Boomer? Wo? Ja, Alice hat noch wischt, instant. Okay. Wie auch sonst. Wie auch sonst. Wie auch sonst. Wie auch sonst. Schmoker! Hier in dem Nebenraum ist nichts. Äh. Das ist ein Molotow-Cocktail. Was? Ne, das war... Nein, ich meine, da ist ein Molotow-Cocktail. In dem Nebenraum. Ja. Ja, ich glaube. Schönen. Super. War das nicht gut? Ganz toll. Oh nein. Ja, ich hab doch den einzigen Formis. Robert. Oh, wir sind da robben. Oh, oh. Oh, oh. Raus, raus. Killed den Klauen der Lok-Zombies an? Ja, wegen den Wieschen schulen. Ach! Scheiße Feuer! Sehr gut. Ah nein, ich habe gelockt. es ist irgendwie schlechte Schleswig-Holter da ist sie alle im Vorhinein gekostet um wo kommt noch das verlieben